Hier präsentieren wir die 5 beste Heizkissen-Test. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Beura HK54 Heizkissen. Das Schulter- und auch Nackenheizkissen HK54 ist das zweite Design von Beura unter den effektivsten Heizkissen und das einzige, das hinsichtlich seiner Anwendbarkeit eingeschränkt ist. Weil es um die Schulter positioniert ist, um Verspannungen im Schulterbereich zu beseitigen. Dies funktionierte ebenfalls sehr gut in der Prüfung und auch die Sicherungstechnik konnte die Tester gezielt anregen. Das Kissen ist zusätzlich waschbar bis 40 C, hat ein Sicherheitssystem und auch die elektronische Temperaturregelung ist in 3 Grad einstellbar. Die 100 Watt Schnellheitseinrichtung funktionierte zudem hervorragend, damit das Kopfkissen für Menschen mit Nacken- und Schulterproblemen auf jeden Fall Freude am Produkt hat. Nummer 4. Sanitas SHK27 Heizkissen. Das günstige Heizkissen SHK27 von Sanitas war im Test das günstigste, überzeugte aber dennoch mit seiner Leistung. Die Oberfläche wurde als sehr angenehm empfunden und auch der SHK27 ist aufgrund seiner geringen Dicke zusätzlich sehr gut für Heil-Anwendungen geeignet. Aufgrund der Abmessung von 44 x 33 cm ist zusätzlich genügend Platz vorhanden, um die Füße abzudecken. Die Aufwärmzeit war mit 100 Watt Schnell und auch das Kopfkissen kann in 3 Stufen gewechselt werden. Das Display wird hier zusätzlich aufgehält und es gibt eine automatische Abschaltung, die das Hotpad sofort nach 90 Minuten ausschaltet. Darüber hinaus ist trotz des erschwinglichen Preises eine Überhitzungssicherung eingebaut, der Draht ist abnehmbar und das Heizkissen ist zusätzlich ausrüstungswaschbar. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Adler-Ad 7403 Heizkissen. Das billige Heizkissen von Adler war das zweitbilligste in der Prüfung, nur die Sanitas-Version war günstiger. Es ist speziell für die Behandlung von Anzeichen und Symptomen von Arthritis und Rheuma entwickelt worden, da es aufgrund seiner geringen Dicke wie der Untersuchungssieger effektiv für die Platzierung an idealen Stellen geeignet ist. Auch die eingearbeiteten Taschen, die Raum für Hände oder Füße lassen, überzeugten bei der Untersuchung, so dass diese Stellen vollständig abgegrenzt sind. Das Cover des Adler-Ad 7403 überzeugt nicht ganz so wie die Heizkissen von Beurer und auch Bosch. Nummer 2. Beurer HK48 Sofa-Heizkissen Der HK48 von Beurer belegte den zweiten Platz unter den effektivsten elektrischen Heizkissen. Im Vergleich zum Relax-Term ist es ein etwas dickeres und zugleich extrem weiches Sofa-Kissen in braun Beige. Das Cover wurde positiv aufgenommen und es wurde wirklich als kuschelig und angenehm empfunden. Die digitale Temperaturregelung kann auch in 3 Grad eingebettet werden und der Regler wird aufgehält. Der Schalter am HK48 kann zusätzlich entfallen. Das Beurer-Kissen verfügt außerdem über eine Abschaltautomatik, die nach 90 Minuten das elektrische Heizpolster einschaltet. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch PFP 1037 Weiches Wohlfühl Heizkissen Relax TML Das 30,5 bei 34,5 cm große Hotpad von Bosch wurde zum Testsieger. Es befindet sich im Mittelteil, hat 3 Temperaturgrade und einen automatisierten Verschluss. Den meisten Testern gefiel neben der Farbe auch das moderne, schlanke Layout. Das Kissen kann vom Hersteller gereinigt werden und der Bezug besteht aus 100% Baumwolle. Mit einer Heizleistung von 100 Watt erwärmte sich das Kissen im Test sehr schnell und die 3 Temperaturstufen sind gut gewählt und ideal für nahezu alle Anwendungen. Die Zirkulation des Brenners im Kissen war ebenfalls überzeugend, da die Wärme gleichmäßig verteilt wird, um eine angenehme Wärmeerzeugung zu gewährleisten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.